Service Award ist anders als die Kundenzufriedenheitsumfragen, ein Qualitätstest der internen Standards. Als bester Service Deutschlands gekürt zu werden, das gibt natürlich einen Schub und das, wie gesagt, hat dazu geführt, dass die Leute stolzer denn je sind, zum Team zu gehören und wer stolz ist, zum Team zu gehören, ist auch motiviert. Mit der Erreichung des Service Award hatten wir eine umfangreiche redaktionelle Berichterstattung, sowohl in unseren Tageszeitungen wie in den Wochenzeitungen. Somit eine hohe Wahrnehmung in unserem Kundenbereich. Durch intensive Einbeziehung der Mitarbeiter in die Bewerbungsunterlagen entstehen neue Ideen, Arbeitsabläufe werden optimiert. Sowohl das Ansehen bei unseren Kunden als auch die Wertschätzung beim Hersteller sind durch die Erreichung des Service Award nachhaltig gestiegen. Und wir haben unter anderem auch so Aufkleber, die wir auf jedem Auto drauf haben, Service Award Gewinner 2012. Wir haben sehr viele Kunden, die wollen diesen Aufkleber auf ihrem gekauften Auto behalten oder sogar drauf bekommen, die ihn noch nicht hatten, weil sie sagen, da bin ich auch stolz drauf. Und die Kunden kaufen gern bei Siegern. Die Resonanz ist sehr gut und die Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja das, wovon wir auch gerade in so einem Flächenland hier, aber woanders auch leben. Und das hat viel, sehr viel gebracht.